dass man die präsentation auch sieht jawohl das ist also worüber sprechen wir jetzt wir sprechen jetzt über das thema geheime tipps und tricks vom börsenprofi so bereite ich mich täglich auf meinen handel vor auf die märkte vor so ein bisschen das thema auch mal zu beleuchten wie komme ich denn jeden morgen auch auf handelsideen der martin hatte das ja gerade auch angedeutet es gibt ja unheimlich viele märkte und ich bin auch ein freund davon zu sagen okay ich spezialisiere mich jetzt nicht auf ein oder zwei märkte einfach zu sagen okay wir nehmen jetzt nur den dax oder nur den euro us dollar oder vielleicht nur das öl als markt sondern ich schaue mich wirklich gerne sehr sehr breit um umfassend an dieser stelle und wie ich das mache worauf ich da achte und was da für mich wichtig ist um auch vernünftige setups zu finden da schauen wir jetzt drauf und das schöne bei diesen setups ist wenn man die auch gut vorbereitet es spielt da am ende und keine rolle ob ich jetzt in kurzen day trade machen möchte oder ob ich mich mit der position auf einen sage ich mal etwas längeren trade mit in die märkte hineinbegeben möchte die vorbereitung dafür die sind sehr sehr ähnlich und deswegen kann man damit eine ganze menge sozusagen abfrühstücken und das ganze mit diesem thema auch sage ich mal umranden um rahmen wer übrigens hier an dieser stelle fragen hat bitte einfach rein in die fragen ich sehe zwar jetzt nicht die fragefelder muss man schauen ob ich das wieder rein kriege aber wenn nicht dann unterbricht mich die elena einfach und dann können wir das ganze hier entsprechend auch mit sehen so gut also an dieser stelle machen wir weiter natürlich wie immer wer mich schon kennt der weiß dass auch aus den täglichen morning briefings mit ticmel die ich um 8.30 mache es gibt ein risikohinweis den bitte ich in gänze zur kenntnis zu nehmen der handel mit devisen und cfds auf margen der kann zu verlusten führen hier zu diesem punkt da hätten wir das worum geht es denn jetzt wir sehen es in der vortrags agenda geheime tipps und tricks ja mei geheim ist es nicht es ist auch keine sage ich mal raketen wissenschaft was man hier im trading hat aber es gibt halt so ein paar punkte ist ein paar kniffe und tricks rund um das thema trading wo es sinnvoll ist mal genauer hinzuschauen hier die agenda nummer eins wir sprechen über das thema nachrichten wieso wie und wo warum nachrichten bewegen einfach ganz ganz häufig kurse und deswegen sollten wir trader auch genau darauf achten was wir hier an kursbewegungen sehen und deswegen ist das ein ganz ganz wichtiges thema in meiner eigenen handelsvorbereitung das zweite was ich immer mit auf der uhr habe sind kursmuster ich schaue mir charts an die technische analyse also in meinem trading stil ist es so dass ich auf fundamentale daten wert lege aber auch auf die charttechnik das heißt ich habe hier die technische analyse und die fundamental analyse so ein bisschen zusammengelegt für mich weil ich gemerkt habe ich bin kein reiner charttechniker ich bin aber auch kein reiner fundamental techniker und so hat sich der trading stil um dieses thema entsprechend auch gebaut deswegen beleuchte ich nachher auch mal ein paar interessante kursmuster auf die ich so schaue ist ein paar lieblinge die mir gerade auch im forex trading immer wieder gute bewegungen gute profite entsprechend einbringen das nächste was hier eine rolle spielt auch in der täglichen marktvorbereitung wo das research auch teilweise ein bisschen zeit in anspruch nimmt ist das thema trend verläufe da schauen wir auf widerstände unterstützungen und auch auf das thema korrektur tiefen das ist auch ein sehr sehr wichtiger punkt den wir hier an dieser stelle mit besprechen werden und dann blicken wir darauf was läuft am markt und was schlägt fehl warum ich das habe auf der uhr ist leicht erklärt es funktioniert nicht alles immer gleich ja und deswegen prüfe ich halt auch immer welche setups laufen denn gerade und von welchen setups sollte ich ein bisschen die fingern lassen beziehungsweise die wirklich nur mit sag ich mal gebremsten schaum mit in die trading aktivitäten auch aufnehmen und danach gibt es noch ein punkt der hat nicht direkt irgendwas mit dem thema trading vorbereitung in den charts oder den fundamental daten zu suchen sondern hier oben im kopf das gehirn das spielt in der trading vorbereitung auch eine sehr sehr große rolle und das ist das thema des mindset also wie die einstellung ist wie es mir geht darauf schauen wir hier dann im fünften punkt für die zeit die wir jetzt hier an dieser stelle auch mit haben also lasst uns mal drauf schauen was das thema nachrichten denn bedeutet als ich mit dem trading angefangen habe ende der 90er jahre da war es halt so die meisten nachrichten habe ich persönlich noch über sozusagen die zeitungen bekommen gut ich habe dann angefangen auch in der bank zu arbeiten damals hatte ich dann über reuters auch noch gewisse zugänge zu anderen nachrichten dass es mir ein bisschen einfacher gemacht hat die ein oder andere nachricht auch leichter oder schneller oder früher zu erhalten das waren alte zeiten heutzutage hat man das internet da bekommt man viele viele nachrichten da bekommt man auch internationale nachrichten da ist es auch ein kleiner vorteil wenn man beispielsweise englisch versteht weil viele markt nachrichten die den markt auch bewegen kommen initial zuerst auf der englischen sprache raus und bis die dann ins deutsche übersetzt sind dauert das ein bisschen also das ist für die ganz kurzfristigen trading ansätze immer gut wenn man das thema auch kann wenn man nicht zwangsweise nur hier entsprechend im deutschsprachigen raum unterwegs ist aber das ist nur am rande sozusagen an dieser stelle da und ja das ist mal so ein punkt gewesen heutzutage ist das alles viel 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 leichter zwar gibt es auch gute schnelle daten feeds über den reuters terminal beispielsweise der ist unheimlich teuer ja wer das braucht kann sich sowas natürlich kaufen um das ganze in seinen trading stil mit einzubauen aber für die breite masse und ich weiß ja auch dass viele unserer zuschauer hier ganz normale arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer sind man geht halt tagsüber einer ganz normalen tätigkeit nach und hat oft gar nicht die zeit sich jetzt sehr sehr lange hinzusetzen und das internet nach nachrichten zu durchsuchen und da sage ich an dieser stelle macht es euch so einfach wie es irgendwie geht denn es ist einfach so dass die nachrichten die auf ganz ganz einfachen wegen auf uns zukommen dass das die nachrichten sind mit dem wir am meisten anfangen können es hat sich auch durch die vielen ausbildung die ich mittlerweile über die vielen jahre gemacht habe eine sache herauskristallisiert und zwar ist das ein thema wer sich mit seinem markt identifizieren kann ja dem fällt es viel 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 leichter sich auf die trading idee zu fokussieren ja heißt also wer jetzt beispielsweise sagt ich kenne mich in der eurozone gut aus ich weiß wie es mit dem wirtschaftsnachrichten aussieht in der wirtschaftslage und der hört eine nachricht über die eu kann dann relativ schnell im kopf auch umschalten und sagen okay die nachricht beispielsweise dass die ezb ein neues anleihe kaufprogramm aufbrennt ja die wirkt sich insofern aus dass der euro jetzt natürlich wieder schwächer wird ja und da heißt das dann an dieser stelle okay je nachdem welche währung man sich anguckt weiß man dann schon da muss ich jetzt mal drauf schauen zum beispiel beim euro us dollar wenn der euro schwächer wird dann bewegt sich die währung entsprechend und der kurs wird fallen das sind so das sind so dinge die im kopf funktionieren wo man überhaupt nicht mehr überlegen muss ja wenn ich so eine nachricht höre weiß ich genau ach schau mal auf den oder den chart um das ganze zu sehen oder thema öl wenn man weiß ah öl naja öl den ölpreis den hat man irgendwie so ein bisschen mit am rande auch auf der uhr wenn man jeden tag an der tankstelle vorbeifährt und man weiß beispielsweise auch es gibt länder wie zum beispiel kanada die haben so genannte petro währungen und die sind auch mit abhängig davon was der ölpreis macht und wenn man da eine meldung hört die den ölpreis beeinflusst in die ein oder andere richtung beziehungsweise auch die nachfrage nach öl beeinflusst diese märkte und wenn man so was schon im kopf hat dann muss man sich jetzt nicht an dem pc sitzen und nach irgendwas großartig ausschau halten sondern man ist einfach in der situation dass man so durch die ganz normalen dinge die einen im laufe des tages so über dem weg laufen schon mal eine nachrichtenliste sich raussuchen kann beziehungsweise zusammenstellen können und dazu hilft uns heutzutage ganz einfach das internet die sozialen medien wir haben digital und druckmedien die man überall auch sieht wer jetzt durch die innstädte geht da hat man große werbetafeln wer mit dem zug fährt ich kenne das mit der bahn mit der s-bahn da hat man mittlerweile auch nachrichtenportale drauf laufen da kommen nachrichten auf uns zu ohne dass wir sozusagen viel viel zeit miteinander verbringen müssen oder auch das thema radio und tv ja zuletzt ist das eine extrem große quelle beispielsweise im us-wahlkampf gewesen oder wenn man sich sieht tv und radio corvette 19 ja alles um das thema corona da müssen wir nicht suchen diese nachrichten die kommen von ganz alleine auf uns zu ja und das ist etwas das macht das trading die vorbereitung fürs trading wo wir interessante handelsideen finden können viel viel einfacher und da hat man nämlich dann auch sehr viele ansatzpunkte die einen persönlich interessieren wo man auch viel besser up to date bleibt ja und damit ist das ganze gut ich möchte an dieser stelle mal ein anderes beispiel bringen was nicht zwangsweise was mit dem mit den mit den währungsmärkten zu tun hat sondern einfach mal damit hier im im kopf sozusagen eine andere verknüpfung geschaffen wird wenn man beispielsweise ein produkt hat bei es sich weiß ich nicht jetzt bei den bei den herren zum beispiel einen rasierer und bei den damen eine gewisse kosmetik die jeden tag benutzt wird ja und man ist immer damit sehr zufrieden man weiß man hat das beste produkt am markt dann kauft man das immer wieder und wenn man da plötzlich merkt dass dieses produkt immer immer schlechter wird und man selbst auch nicht mehr damit zufrieden ist und man im laden vielleicht merkt dass dort die kartons wo sie vorher schnell leer waren immer voll bleiben dann merkt man schon weil man dort den zugang hat ganz schnell dazu dass irgendwas nicht passt dass das irgendwas ist damit nicht in ordnung und wer sich damit dann ein bisschen auseinandersetzt der wird sich sagen mensch die verkaufen davon weniger da wird der aktienkurs wohl irgendwann mal fallen ja und da kommt man halt ohne irgendeinen chart auf die idee sich mal etwas zu betrachten das macht das trading an dieser stelle deutlich einfacher für die handelsvorbereitung ja das ist ja einfach nur man nutzt die nachrichten ja um werte zu finden auf die man sich mal so ein bisschen fokussieren sollte und das ganze anzugehen und dazu braucht es keine neuen daten feed sondern dazu braucht es einfach nur augen auf und alles was tagsüber so auf uns zukommt auf uns einwirken zu lassen und dann ist damit an dieser stelle schon mal ein wichtiger punkt aus der vorbereitung rausgegangen ich schaue natürlich weil ich näher an den märkten bin auch jeden morgen noch auf die tagesnachrichten ja das heißt ich schaue mir an was kommt denn heute oder was kommt in dieser woche an ganz ganz wichtigen nachrichten das mache ich auch jeden morgen bei ticmill in meinem morning briefing wo wir einfach schauen was wartet denn in der folgenden woche an wichtigen nachrichten auf uns was wartet heute am laufe des tages an wichtigen nachrichten auf uns also wen das interessiert einfach morgen früh mal einschalten bei ticmill einfach anmelden auf der ticmill website vielleicht schickt die elena einfach auch mal den link rein wo wir hier an dieser stelle uns anmelden können facebook den ticmill deutsch die seite einfach liken oder aber auch der besprechung per zoom bei wohnen und das sieht man einfach mal was wir dort an dieser stelle machen und wie schon gesagt das ganze ist wirklich kostenfrei und erleichtert das weiß ich mittlerweile aus den vielen vielen rückmeldungen vielen vielen tradern die möglichkeit den handel doch deutlich besser vorzubereiten wenn man dann einmal bei ticmill ist macht man gleich noch mal den check der konditionen und da wird man feststellen das ist ein top broker mit wirklich konditionen die die unbestritten extrem gut sind also einfach mal nachschauen ja und das ist dann sozusagen die handelsvorbereitung für die forex märkte und da spielen halt die nachrichten immer eine wichtige rolle denn und das ist jetzt ein wichtiger punkt eine nachricht an sich hier steht ja geschrieben auf der präsentation momentan nachrichten können kurse bewegen dass das ist faktisch natürlich falsch ja warum bewegen nachrichten denn keine kurse eine nachricht ist eine nachricht das ist irgendwas gedrucktes auf papier durchs radio gekommen in irgendeinem internetforum gelesen die nachricht an sich die macht nichts die steht nur einfach irgendwo da ja und das war es gewesen kurse werden dann bewegt wenn sich auf deutsch gesagt im orderbuch was ändert und das ist das interessante das heißt dass es am ende derjenige der am pc sitzt und eine order eine long also eine kauf oder oder eine verkauf oder auf gibt das ist derjenige der dafür sorgt dass an den märkten irgendetwas passiert woran liegt das die leser der nachrichten haben das ist jetzt mal einfach ausgesprochen haben einfach gesagt gedanken und erwartungen man liest eine nachricht und plötzlich hat man im kopf die idee das ist so ähnlich kennt man vielleicht auch aus dem supermarkt wenn irgend ein tolles produkt mal 50 prozent günstiger ist ja das liegt lange im laden wird ganz normal gekauft heute ist das produkt günstiger bämm rennt man hin ja wir haben es gesehen oder sehen das auch immer wieder am black friday den auch amazon mit ganz stark nutzt oder in den usa das haben wir mittlerweile in deutschland auch black friday ja da gibt es die gleichen produkte wie vorher aber an diesem tag gibt es halt unheimlich viele rabatte ja was passiert da gibt es spezielle sachen und zack schon rennen die leute in den laden ob die produkte da wirklich so günstig sind oder nicht spielt da erstmal keine große rolle allein die nachricht macht auch noch nix aber derjenige der die nachricht liest und sagt da kann ich ein schnäppchen machen da muss ich hin da merkt man dann plötzlich ganz viele menschen beschäftigen sich mit diesem thema und so ist das dann auch im orderbuch wenn wir jetzt eine nachricht haben die wir am markt bekommen und viele händler haben diese nachricht gelesen und agieren an den märkten da hat man plötzlich ein viel viel größeres interesse etwas zu tun und dann wird das ganze auch umgesetzt und das wirkt dann am ende dazu dass sich hier die kurse mehr oder weniger stark bewegen das heißt wer eine nachricht liest macht sich gedanken darum hat erwartungen häufig ist es auch so gerade bei den privaten tradern nachrichten wecken emotionen ja und emotionen und schweden das ist so ein thema das passt nicht zusammen der ein oder andere sagt ein trader muss wie eine maschine sein das ist käse ja also ein mensch der einem pc sitzt und selbst handelsentscheidungen trifft der ist einmal noch ein mensch das heißt mit dem thema der emotionen muss man als traderinnen und trader lernen umzugehen dass man die emotionen so weit wie es geht versucht aus dem trading herauszuhalten weil wir sind einfach menschen und menschen haben emotionen und da ist es wichtig dass man diese emotionen die uns im trading immer wieder negativ auf die füße fallen dass man die versucht zu umgehen ja das ist wichtig und beim thema nachrichten wissen wir halt auch sehr sehr oft wo da kommen jetzt emotionen ja da kommt hier ja oder angst solche sachen wenn man eine tolle headline hat wo man sich sagt ui ja beispielsweise öl die nachfrage nach öl ziemlich stark gestiegen das muss öl jetzt steigern da muss ich gleich mal öl kaufen ja weil dann wächst die gier plötzlich dass der ölpreis anfängt zu steigen da muss ich mich dran verdienen wenn der ölpreis jetzt 38 dollar kostet für das wti und durch den anstieg der vielleicht aus der charttechnik der seidel hat das morgens gesagt wir haben oben bei 43 44 gute anlaufpunkte falls der markt nach oben geht da muss ich jetzt einfach kaufen und dann kauft der private händler halt häufig ohne zu schauen was der markt macht und das ist dann halt genau die aktion die dann am markt sozusagen für bewegung in die ein oder andere richtung das heißt die nachricht weg die emotionen und nachrichten führen dann am ende sozusagen zu den aktionen also der händler geht an seinen desk und erfasst sein order setup man drückt auf den kaufknopf oder den verkaufknopf und genau diese aktionen sind es die dann am ende dazu führen dass sich die kurse an den märkten mit bewegen also das war so das thema was man hier an dieser stelle hat das gibt es in anderen bereichen natürlich auch noch sehr sehr stark das tritt jetzt im bereich der währungen nicht ganz so oft auf aber im bereich der aktien gibt es natürlich auch von gesellschaften oder handelshäuser die in auftrag bekommen eine aktie zu kaufen oder zu verkaufen da gibt es dann natürlich auch mittel und wege aktienkurse zu bewegen also da gibt es sehr sehr viel in diesem umfeld und das ist halt einfach dazu werden auch nachrichten genutzt um das ganze so zu sehen oder das thema der cot reports sind ja auch nachrichten was machen denn die big boys das wird jede woche freitag veröffentlicht wird und das sind halt auch aktionen wenn man dann sieht okay die großen gehen long und short und das sind ja die die meistens deutlich besser informiert sind wenn man so nachricht hat dann hat man auch eine information und diese information führt dann bei dem ein oder anderen händler der dieses thema auch beleuchtet da ist der martin auch ein spezialist mit drin den hatte ich in meiner sendung für tigma jeden morgen auch schon öfter mal hier zu diesem thema zu gast das sind einfach sachen die bewegen dann die märkte und zwar nicht nur einmal sondern wirklich stückchenweise ein ganzes stückchen weg und das ist jetzt ein punkt das machen nachrichten und eine sache die nachrichten auch machen ist nachrichten rufen ungleichgewichte vor und das ist genau der punkt das ist der vorteil den wir als händler mit ausnutzen können da muss man natürlich häufig relativ schnell dabei sein weil es ist halt einfach so in den geregelten märkten gibt es keine ungleichgewichte also da wird immer durch diese menge und durch diese schnelle verfügbarkeit von informationen und der extrem schnelle zugang zu den märkten gibt es eigentlich keine großartigen ungleichgewichte mehr aber nachrichten können natürlich zu bewertungsänderungen führen ja und das ist ein sehr sehr großer fakt wo man einfach sagt okay das kann einem doch ganz deutlich ganz gehörig hier in eine vorteilhafte situation bringen sozusagen also wenn bewertungen geändert werden ja dann kann das durchaus dazu führen dass wir eine starke unter oder überbewertung momentan haben die dann über die zeit abgebaut wird und das ist dann wiederum ein sehr sehr großer vorteil die man hier an dieser stelle hat und diese bewertungs und oder diese wird diese abweichung der bewerten oder diese änderung der bewertungen die führt dann zu den sogenannten preisabweichung und genau diese preisabweichung sind es die uns händlern einen vorteil schaffen denn der geregelte markt sorgt für einen ausgleich und das ist genau der punkt wenn wir plötzlich einen wert zum beispiel vom sag ich mal öl bei 40 us dollar haben ja und da kommen plötzlich nachrichten wo sich die analysten sagen okay wir sehen den preis innerhalb der nächsten zwölf monate er bei 30 oder 29 us dollar dann haben wir jetzt den preis oben stehen wir haben die latte unten und wenn es denn tatsächlich so kommt dann wird der markt sozusagen diesen ausgleich machen und damit gleicht sich das ungleichgewicht wieder an die balance wird ausgeglichen und das ist dann genau der punkt wo sozusagen der preisvorteil für uns händler liegt dieses kurzfristig ja und das ist sehr sehr gut und sehr sehr stark zu sehen oder auch ein beispiel wenn wir nachrichten bekommen wo ich das zeichne ich mal ganz kurz ein hier ist ein bisschen theoretisch aber in der praxis sieht man sehr sehr häufig dass wir beispielsweise einen markt haben der jetzt sozusagen so ganz normal läuft von oben nach unten so und plötzlich kriegen wir so einen extrem starken schub nach oben weil einfach eine kurzfristige nachricht gelaufen ist ganz kurzfristig die dann dazu geführt dass wir einen richtig starken schub nach oben kommen ja und wenn wir dann beispielsweise sehen dass wir in den widerstandsbereich reingelaufen sind dann passiert ganz oft dass die starke gegenbewegung kommt und wenn wir sowas sehen wie der markt auf eine nachricht sozusagen reagiert dass er so extrem stark hoch schnell und wir merken dann am oberen punkt jetzt geht es zu viel und das war einfach auch zu viel für den markt dann ist das auch ein vorteil den wir aus der nachricht heraus ziehen können denn wenn die nachricht sowas starkes auslöst und dann plötzlich hier oben der markt rumtritt und die gegenbewegung kommt dann haben wir eine chance hier von der gegenbewegung zu profitieren das kann man als trader immer wieder an den märkten sehen gerade in den mehrungsmärkten hat man das sehr sehr oft auch bei den indizes sieht man das von zeit zu zeit mal das ist wirklich sehr sehr interessant ein ganz ganz gutes beispiel was wir hier hatten war jetzt beispielsweise das letzte mit dem neuen oder mit den nachrichten zum impfstoff zu kovid 19 das hat für extreme bewegung an den märkten gesorgt für extreme ausschläge an dieser stelle auch und dann sind die märkte aber auch ein teilweit stück zurückgekommen und das ist immer wieder interessant sowas zu sehen also wenn man das mal kurz uns anschauen wollen beim dax zum beispiel hier da gehe ich mal ganz kurz auf den chart vom dax euro japanische yen können wir uns nachher mal kurz anschauen ich mache mal kurz hier neues chartfenster auf da haben wir mal den dax und was ich damit meine ist einfach ich gehe mal ganz kurz auf den tages bars auf den tages chart schaut mal diese kerze hier die wir hier drinnen haben das war die kerze von dem tag wo der markt hier so stark nach oben gelaufen ist ja also hier diese kerze ist das gewesen und was haben wir gehabt wir haben hier oben ein widerstandslevel hier in diesem bereich wo der markt halt reingelaufen ist und dann hat er plötzlich umgedreht das sind so die punkte wo man merkt heute da gab es jetzt eine ordentlich extrem starke position an den märkten oder reaktion an den märkten auf eine nachricht und plötzlich laufen wir in den widerstandslevel rein und dann geht es kurzfristig nach unten das sind dann so die punkte wo man wenn man den initialschub nicht mitbekommen hat dann die gegenbewegung nach unten mit schweden kann also das war genau dieser bereich hier oben wo wir dann umgekehrt sind hier in diesem level und wenn wir uns das ganze mal kurz anschauen wollen im kleineren chart beispielsweise hier in den fünf minuten dann sehen wir halt was da oben passiert dass wir dort angestoßen sind und der markt hier kurzfristig angefangen hat nach unten zu trenden wie schon gesagt das ist dann eine sehr kurzfristige ein kurzfristiger handelsansatz aber der funktioniert immer immer wieder das ist ein wichtiger punkt das muss natürlich zum zeithorizont im trading passen aber man kann es einfach leicht zum eigenen trading nutzen und dort die vorteile aus den nachrichten sozusagen auch mit rausholen also das ist mal das thema ungleichgewicht und das ist das thema kurzfristiger preisvorteile an den märkten das zu diesem thema noch ein kleiner hinweis zu dem thema überschriften bei nachrichten nachrichten überschriften klingen entweder sehr positiv oder sehr negativ deswegen ist es da wichtig dass man zwischen den zeilen ließ dass man nicht nur sozusagen die überschrift liest sondern dass man sich auch mal den fließtext durchliest der dort drinnen steht ja heißt also an dieser stelle was ist denn hier an dieser sag ich mal nachricht dran was steht drinnen was hat man im text sozusagen den man lesen kann und da ist es wichtig halt auch mal in die details reinzuschauen denn wenn die nachricht oben steht weil viele viele wissen bei den nachrichten von den nachrichtenschreibern viele lesen erstmal nur diese headline und denken dann okay dann wissen wir was los ist der fließtext ist auch extrem wichtig den zu lesen und das sind sehr sehr schnelle wichtige sachen wo man einfach mal drüber fliegen muss um das ganze dann zu lesen und eine sache ist hierbei noch wichtigerweise zu erwähnen hier der kampf zwischen bulle und bär je kleiner die zeiteinheiten sind die wir traden je wichtiger ist es dass wir uns darauf beziehen was im text mit drinnen steht das heißt die kurzfristiger der zeitrahmen ist je schneller müssen wir als händler reagieren und je schneller müssen wir auch solche nachrichten lesen das ist also ein sehr sehr wichtiges thema an dieser stelle und dann schauen wir einfach mal drauf wo oder beziehungsweise welche nachrichten deutliche kursbewegung rausbringen können und zwar gerade jetzt hier in bezug auf das trading im forex oder bei den indizes oder den rohstoffen das sind themen wie das bruttoinlandsprodukt einkaufsmanager indizes verbraucherpreis indizes der arbeitsmarkt ist extrem wichtig oder auch das thema der inflationserwartung da stehen wir momentan ja weltweit mehr oder weniger bei null die zentralbanken die hier kommen mit den zinsentscheiden wobei momentan nicht so wichtig ist was die zentralbank an zinsentscheid macht weil wo es keine zinsen gibt kann man ja nicht wirklich viel bewegung reinbringen es sei denn man erhöht jetzt die zinsen aber dazu müsste es ja erstmal zu inflationsdruck kommen sondern da ist es immer viel viel wichtiger was steht im begleittext oder was wird in den pressekonferenzen erzählt weitere dinge sind mitteilung der weltbank der iwf oder auch der opec oder im thema wti rohöl lagerbestände beziehungsweise aktuelle themen auch alles was das thema us wahl oder kobe 19 angeht das bewegt natürlich die märkte und das sind halt wirklich nachrichten die hier an dieser stelle ja immer wieder für starke bewegungen sorgen und das sind übrigens auch die nachrichten die man relativ zügig auch bekommt auch wenn man keine teuren datenfeeds hat da muss man einfach nur mal schauen an dieser stelle wo man aktuelle nachrichten her bekommt da kann man beispielsweise ganz normale internet seiten nehmen wie finanzen 100 finanzen net oder man schaut auf on vista drauf ja oder ich schaue auch bei nachrichten gerne mal bei marketwatch.com vorbei solche quellen einfach mal raussuchen da kommen die zeiten die nachrichten zwar immer ein bisschen mit verzug an dieser stelle aber immer noch zeitnah ne also wenn wir beispielsweise wissen dass hier um 14.30 wichtige nachrichten zum arbeitsmarkt oder zu zinsentscheiden kommen dann sind die auch zu dieser stelle auch mit da und dann kommen dort auch relativ zügig die bewegungen da ist es halt wichtig je enger man am markt ist je schneller braucht man diese nachrichten das heißt wer jetzt hier um so eine nachricht im minuten chart traden möchte der sollte schon darüber nachdenken dort einen datenfeed zu kaufen dass man diese nachricht auch wirklich in dem moment in dem es rauskommt über die ticker laufen hat diejenigen die sagen okay ich bin jetzt eh nicht im minuten chart unterwegs sondern ich gehe eher auf die längeren bewegungen die sich aus sowas mit ergeben können die auch mal ein zwei drei stunden anhalten da hat man häufig die erste reaktion die man verpasst dann gibt es einen rücklauf und den zweiten schub kann man dann traden und da reicht es dann sozusagen aus die nachrichten auch so zu nutzen dass man hier sozusagen dieses thema mit nutzen kann hier wärmer gerade auch gefragt können sie noch mal die englische nachrichten quelle nennen einfach market watch punkt com angeben ich gebe das mal ganz kurz hier rein www.market watch.com oder man schaut auf auf cnn einfach mal nach also da gibt es unheimlich viele möglichkeiten und da ist da ist auch nicht alles für jeden gleich ne ich nutze halt gerne diese aber wie schon gesagt viele sachen einfach mal an dieser stelle auch wer jetzt hier im in dieser richtung im nachgang sich den vortrag auch anschaut einfach mal auf eine suchmaschine wie google eingeben marktnachrichten wer das ganze auf englisch suchen möchte kann das natürlich auch machen und dann kriegt man ganz ganz viele seiten und dann einfach mal die ein oder andere seite durchklicken und das was einem besser gefällt was einem besser liegt einfach zum ein zur eigenen handelsvorbereitung dann mit nutzen also das ist ein gangbarer weg weil auf den seiten steht ja dann eh meistens das gleiche nur der eine bringt es ein bisschen früher der andere später die aufbereitung ist ein bisschen unterschiedlich aber am ende macht es keinen gigantisch großen unterschied so schauen wir uns mal ganz kurz aus worauf sich nachrichten denn auswirken das hatten wir schon gehabt hier also ganz klar die nachrichten die wir gerade besprochen hatten wirken sich ganz deutlich auf aktienindizes auf also den dax den s&p 500 den dow jones den nasdaq also alles was es so gibt eine negative nachricht aus europa wird sich mit hoher wahrscheinlichkeit auf den dax auswerten auswirken und weniger auf die us merken eine sehr sehr schlechte oder sehr sehr gute nachricht für den us markt wird sich mit sicherheit aber dann nicht nur auf die us märkte auswirken sondern auch auf die anderen weltweiten märkte wo man immer sagt die us märkte ziehen die anderen märkte mit das hat man dann in diesem rahmen schon auf bonds auf die zinspapiere wirkt sich sowas natürlich auch aus wenn jetzt beispielsweise eine notenbank zinsen erhöht oder senkt hat das dann natürlich auch auswirkungen auf die zinspapiere die an den markten gehandelt wird den 10 jahres bundesanleihen oder die us treasuries das wirkt sich dort aus die rohstoffe werden davon betroffen öl gold silber werden zum teil oder nicht zum teil werden ja alle final dann auf us dollar basis bezahlt gekauft das ist die legitime handelswährung dafür und wenn der us dollar jetzt stärker oder schwächer wird hat das auswirkungen auf die entsprechenden rohstoffpreise ohne dass sich jetzt an der nachfrage was ändern muss diese dinge sind da oder auch bei den währungen da gibt es natürlich eine ganze menge was dann entsprechend reinkommt an nachrichten die diese auswirkungen haben können und diese auswirkungen kommen in aller regel darauf hin zustande oder dadurch zustande dass die nachricht jetzt so auf das asset sich auswirkt dass es eine stärkung oder eine schwächung des assets gibt und daraufhin gibt es dann halt einen verkaufsüberhang oder einen kaufüberhang und der bewegt dann die preise in die entsprechende richtung und das schauen wir uns jetzt einfach mal ganz kurz an an dieser stelle hier ich muss auch mal ein bisschen auf die zeit schauen ja es ist halb elf da haben wir noch ein bisschen luft hier beispielsweise ich habe jetzt mal einen einen historischen chart mitgebracht wir haben dann auch noch einen aktuellen chart den ich hier einfach mal besprechen möchte historisch aus diesem grund weil ich das in meiner eigenen trader karriere auch gehabt habe ich habe irgendwann angefangen mal alte charts anzuschauen warum habe ich das gemacht es ist es ist an der börse wie in ganz ganz vielen anderen bereichen im leben auch so dinge wiederholen sich immer 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 wieder ja es ist wie im theater ja es werden immer wieder die gleichen stücke gespielt nur die bühnen sind immer mal andere und so ist es hier auch und ich habe einfach aus den historischen charts gelernt wie sich die marktteilnehmer in bestimmten situationen verhalten und das ist immer wieder das gleiche also das ist halt immer wieder die gleiche reaktionsweise das ist so ähnlich wie bei uns menschen wieder mal ein anderer bereich beim autofahren ja wir haben einfach automatische dinge die wir uns antrainiert haben die machen wir immer wieder gleich ja das heißt so ein ganz typisches verhalten wenn im winter die scheiben gefroren sind ja was machen wir da ja wir enteisen die scheiben also wenn ich jetzt zum beispiel weiß ich muss jetzt mit dem auto los das auto steht vor der tür ich gucke morgens beim aufwachen ähm aus dem fenster und sehe oh es ist alles gefroren dann weiß ich schon okay ich muss jetzt eiskratzen oder wenn wir eine ampel sehen ja wir wissen doch ganz genau wenn ich eine rote ampel sehe was machen wir dann wir bremsen erst mal ja wenn dann grün wird geben wir wieder gas das sind so ganz klassische automatismen die sich einspielen da denken wir nicht mal mehr drüber nach und an der börse ja ist das haar genau das gleiche und die sag ich mal die basis szenarien die wir hier haben und die reaktionen darauf die sind auch immer wieder identisch ja das heißt wir haben regelmäßig wahlen ja mehr oder weniger regelmäßig wir haben regelmäßig ölmarkt berichte wir haben regelmäßig zentralbank sitzungen wir haben regelmäßig arbeitslosen zahlen wir haben regelmäßig informationen zu den einkaufsmanager indizes ja oder konsumklima indizes das sind alles dinge die kommen in regelmäßiger natur und die reaktionen darauf die sind regelmäßig immer wieder die gleichen so ja und das ist auch das schöne ist auch es sind einfach drei dinge die da immer wieder passieren entweder das ist jetzt banal also jetzt bitte nicht vor lachen vom stuhl fallen entweder der markt reagiert indem er abverkauft oder der markt reagiert indem er steigt also gekauft wird oder aber man hat diese sogenannten events die überhaupt keinen einfluss haben also diese non impact events dass gar nichts passiert so das ist mal der punkt den man dort hat das ist einfach so das heißt wenn solche events kommen und wir machen eine handelsvorbereitung dann können wir uns schon mal auf das event vorbereiten und hier in diesem chart den wir hier mal sehen beispielsweise im euro us dollar den habe ich mal genommen weil das auch ein sehr sehr wichtiger faktor gewesen ist das thema brexit das beschäftigt uns ja mittlerweile immer noch ja man muss mal sehen dieser chart ist vom von 2016 juni 2016 und brexit ist immer noch nicht durch das heißt brexit beeinflusst immer noch die märkte so und hier ist einfach das thema brexit hat unter anderem auch auswirkung gehabt auf das währungspaar euro us dollar da sieht man mal das hat jetzt nicht nur was mit großbritannien zu tun sondern halt auch was mit der eu und was ist das hauptzahlungsmittel in der eu das ist natürlich der euro und dadurch wenn man so eine nachricht hört ne also auch mal hier wieder ein ein praktisches beispiel sollte man als händler mal auf die idee kommen das könnte ja jetzt was mit dem euro machen ja und wenn die rausgehen könnte das den euro natürlich deutlich schwächen das heißt der kurs vom euro us dollar der kann deutlich in die knie gehen und so ist es hier auch gekommen und jetzt kommt die gute nachricht für all diejenigen die das ganze hier diesen kurs rutsch diesen ersten nicht schreden konnten wollten wie auch immer spielt keine rolle es gibt ganz oft zweite dritte und vierte chancen und das ist genau der punkt schaut euch mal an wir können hier so viele sachen machen schaut mal hier erste marktreaktion zack ging der kurs nach unten abwärtstrend ganz ganz deutlich fortsetzung hier diesen rutsch habe ich an dieser stelle nicht mitgemacht das ist jetzt mal sozusagen ein bisschen mein trading tagebuch auch um dieses thema aber mir war wohl bewusst dass das thema brexit sich doch sehr deutlich auf den euro us dollar ausfallen wird das heißt ich bin davon ausgegangen dass der markt sehr sehr deutlich fallen wird und ich habe einfach abgewartet was passiert wann der markt wieder rumtritt und hier sieht man mal an dieser stelle was dann passiert ist wir haben diesen rutsch nach unten bekommen und wir sind die ganze zeit ich skizziere das mal ganz kurz hier an dieser stelle schaut mal hier das hier war die erste initiale kerze die hatte hier unten ihr tief gehabt und wenn man sich das ganze mal anschauen möchte wir haben die ganze zeit diese range nicht verlassen ja also das hat eine ganze weile gedauert trading gemacht habe ist einfach hier die korrektur abzuwarten und dann den markt nach unten zu traden das heißt hier war die umkehrsituation hier habe ich dann die schruttposition eröffnet und habe den markt einfach laufen lassen und das ist jetzt hier das was wir jetzt hier haben ist der tageschart dieses bild gibt es aber in vielen vielen facetten also auch in den kleineren zeiträumen ist das ganz genauso gut tradbar also im stundenschart kann man solche chartmuster oder solche reaktionen auch immer immer wieder finden ja oder wie vorhin gesehen im dax als der markt so stark nach oben angestiegen ist dann hat man diese extreme übertreibung nach oben hin und dann kann man einfach die umkehr traden ist ja hier im tageschart genauso gegangen konnte man schön die gegenreaktion wieder nach oben schweden ja das sind einfach so fakten die sucht man raus und das ist hier wo man sieht man bekommt in der regel immer zweite und dritte chancen und hier sozusagen ist die position initial entsprechend eröffnet worden und hier schön nach unten durchgelaufen dann haben wir hier schaut euch das mal an die nächste marktreaktion da waren wahlen in den usa da sind wir kurz nach oben gegangen das habe ich dann intraday auch mitgetradet hier zack deutlich nach unten und als ich das ganze dann fortgesetzt hat zack ging es weiter deutlich nach unten hier an dieser stelle und diese sachen kann man immer wieder finden man kann bestehende positionen ausbauen an diesem punkt wenn sie auch im gewinn schon sind oder hier an dieser stelle reaktion nach einer ezb bank sitzung da ist der markt hier kurz nach oben gelaufen der spike und dann wurde abverkauft und hier an dieser stelle genau das gleiche bild wie hier drüben das war die erste marktreaktion und die zweite hat dann nach unten fortgesetzt hier das war die erste marktreaktion die zweite hat nach unten fortgesetzt man hat da immer wieder chancen wo man an diesen stellen sehr sehr gut reagieren kann auch wenn man jetzt nicht direkt vorm pc sitzt sondern auch wenn man das vielleicht eine stunde später oder zwei stunden oder am abend nach der arbeit mitbekommt das kann man immer wieder sehr sehr schön an dieser stelle machen und das ist etwas das ist wirklich sehr sehr interessant und sehr sehr wichtig an dieser stelle auch zu sehen hier das historische beispiel schauen wir uns jetzt mal kurz an dieser stelle das thema aktuelle beispiele an und da möchte ich jetzt mal den chart vom s&p 500 wählen weil hier kann ich auch auf mehrere szenarien auch gleich eingehen die wir an dieser stelle haben sowohl charttechnischer natur als auch nachrichtentechnischer natur denn das thema der us wahlen hat ja schon ziemlichen einfluss auch auf die bewegung an den märkten gehabt und da möchte ich hier an dieser stelle einfach mal auf zwei wichtige dinge eingehen und bringe dann gleich noch ein drittes ins spiel ja das erste thema war das thema planung von nachrichten dadurch dass wir heutzutage ja auch sehr sehr viele zeitlich sehr gut geplante nachrichtenverläufe haben das sind auch die dinge die wir jeden morgen in der morgen in dem morning briefing mit ticken wir besprechen wir können nachrichten sehr gut planen und weil wir ja nicht erst heute früh erfahren was heute nachmittag an wichtigen nachrichten kommt sondern das mal locker auch sozusagen weiter reinbringen hier an dieser sache dass wir dort muss ich sagen hier die die seite haben dass wir den markt durchaus auch weiter nach unten schrägen können oder aber nach oben und der markt fängt halt an die entsprechenden nachrichten zu einzupreisen in die märkte das hört man immer wieder die einpreisung der markt nachrichten sind halt einfach da ich schaue jetzt gerade mal auf meinem bildschirm man sieht glaube ich meine 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 live übertragung nicht mehr ich sehe jetzt hier auf dem übertragungsbildschirm eine folie mit ticken wie von traders to succeed jetzt hat man den bildschirm wieder danke super danke also zurück hier thema einpreisung von nachrichten das ist immer wieder interessant und da können wir hier uns jetzt mal auf zwei punkte fokussieren zum einen hier oben und zum anderen hier unten so das ist mal das thema ja und das heißt halt thema us wahl je näher die gerückt sind je stärker wird natürlich auch so eine einpreisung und hier haben wir einfach gesehen in den usa war ja wirklich das ganz ganz wichtige thema trump beiden wer gewinnt die wahl was hat das für auswirkungen und 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 man sieht halt der s&p ist sozusagen knapp an das allzeit hoch ran gelaufen und dann sind die trader erst mal hier so ein bisschen in deckung gegangen und das kann man wenn man sowas nutzt für die trading vorbereitung durchaus sehen hier oben das abprall modell und dann den weg nach unten erst mal traden und dann dann auch genau hinschauen was ist denn jetzt in der vorbereitung zu sehen wo sind wichtige chartlevel und bei den wichtigen chartlevel dürfen wir eins nicht vergessen hier das thema auch der unterstützung an diesem bereich ne also hier das ist eine ziemlich starke unterstützung die wir hier in diesem bereich haben und da sind wir natürlich unten drunter oder ran gelaufen hier schon mal und das hier bis da unten sind wir rein gelaufen und dort muss man dann als trader auch damit rechnen dass es auch eine einen wechsel geben kann ja und man hat ja von hier oben bis hier unten genug luft und so ist es dann auch passiert dieses level hier unten hat dafür gesorgt dass der markt angefangen hat sich umzudrehen und dann kam irgendwann der wahltermin und da hat man dann gesehen okay die us waren der dritte november war durch das zepter schlug so ein bisschen immer mehr richtung beiden ja und da hat der markt dann angefangen die beiden story zu kaufen und das sind halt gute sag ich mal möglichkeiten wie wir einfach schauen können was an dieser stelle für unsere handelsvorbereitung mit da ist damit reinkommen also das an dieser stelle war der blick in die praktische set ups hier so das wäre das eine das andere was ich an dieser stelle habe sind kurs muster auf die schau bei den kurs mustern ist es wirklich so kurs muster zeigen uns das verhalten der markt teilnehmer ja ganz oft sind das korrekturmuster in trends und die auflösung dieser muster die führt entsprechend zu bewegung ja und das ist halt eine sehr sehr gute möglichkeit dass wir trades entsprechend auch planen können und hier möchte ich jetzt einfach mal auf ein paar muster eingehen die für mich im trading eine sehr sehr große rolle entsprechend spielt und zwar sind das zum einen die sogenannten flachen basen das heißt immer dann wenn wir einen chart haben der hier seitwärts läuft in einem aufwärtstrend das ist eine bullische flache base da geht es in die position für mich long rein welche oben drüber fliegen das gegenteil dazu hier die flache base nach einem abverkauf da sehen wir dass die händler keine lust haben teurer zu kaufen also hier verkaufspunkt wenn es unten durchgeht das ist nummer eins nummer zwei thema dreiecke fallende dreiecke sehr sehr schöne geschichte hier schön ein fallendes dreieck wir sehen der markt kriegt druck von oben dann löst sich nach unten ab das ganze ist verortet in einem abwärtstrend der bruch unten drunter gibt hier das verkaufssignal das gleiche bild gibt es auch noch für die long seite allerdings mit einem ansteigenden dreieck da sehen wir der markt bekommt druck von unten nach oben im aufwärtstrend das ist das korrekturmuster der bruch oben drüber führt hier entsprechend für auf die auf die long seite oder flaggen auch sehr sehr schön zu sehen hier eine bärische flagge in einem abwärtstrend bruch durch die flagge führt regelmäßig zu einer fortsetzung der trendigen bewegung sehr sehr schön im einstieg für die long seite genauso interessant nach einem starken move nach oben ja oder schon in einem aufwärtstrend hier die korrektur innerhalb der bullischen flagge hier die am besten wenn man sich auch märkte anschaut wo man beispielsweise auch volumina sieht hat man das ganze auf das innerhalb der flagge das volumen abnimmt und der ausbruch oben drüber ist dann das entsprechende kaufmuster das ist gut oder aber auch ein schönes beispiel schulter kopf schulter formationen sehr sehr schön interessant zu traden an dieser stelle hier schulter kopf schulter wir haben eine nackenlinie und wenn man einfach mal sieht hier war der aufwärtstrend und die schulter kopf schulter formation sorgt dann dafür dass ein gegentrend auch entsteht da bekommt die nackenlinie einfach die situation bruch des alten trends es bildet sich ein neuer trend das sind schöne wende formation von oben nach unten die man sehr sehr gut planen kann das ganze gibt es auch umgedreht im inversen sozusagen ja dass man hier eine schulter hat ein kopf und eine recht also eine linke schulter kopf und rechte schulter in einem abwärtstrend da wissen wir dann okay das ist jetzt eine trend wende formation ja und da sehen wir wenn die kurse hier drüber gehen kommt es sehr sehr häufig zu starken bewegungen zur oberseite und auch da gibt uns die sage ich mal charttechnik auch schöne anhaltspunkte wie wir sozusagen planen können nämlich die die sozusagen ziele je nachdem was man traden möchte das ganz kurzfristige bild ist halt häufig dass hier unten der teil der rechten schulter noch mal oben drauf auf die schulter kommt und wenn man sich dort an dieser stelle auch mal links orientiert wenn wir hier widerstands bereiche haben das passt oftmals auch relativ gut im längeren bereich misst man einfach die gesamte tiefe hier von der nackenlinie zum kopf auf und packt das dann entsprechend oben drauf an dieser stelle und auch da hat man häufig schon in der chart historie dinge die sozusagen den chart untermauern und unsere idee sozusagen auch noch mit rein bringt weil nur so eine formation bringt ja noch lange keine kursbewegung das wissen wir inzwischen die kursbewegung bringen nur die händler die aktiv werden und deshalb ist es wichtig auch dass man weiß an welchen stellen entsprechend wo welche händler nach uns kommen kann der dann den markt in unsere gewünschte richtung mit rein bringt ja das ist ganz ganz wichtig und bei diesen korrekturmustern ist halt auch ein sehr sehr wichtig dass man sagt wir müssen auf trendverläufe schauen weil es gibt trendwechsel es gibt eine trendbildung und dann irgendwann einen erneuten trendwechsel und das sehen wir hier beispielsweise auch schön im s&p hier sind auch mal verschiedene trendgrößen mit eingezeichnet also auch für verschiedene sage ich mal händler von den zeithorizonten interessant man sieht hier beispielsweise einen trend der hier leicht nach oben läuft nur im kleinen der wird dann gebrochen hier bildet sich dann ein abwärtstrend das heißt der trendbruch und dann kam es zum trendwechsel ja und dann hatten wir hier die gleiche sache hier an dieser stelle da war sozusagen das zwischenhoch gewesen hier das ist sozusagen das level wenn der markt hier drüber springt wird dieser abwärtstrend rausgenommen dass es hier passiert ja und danach ist der markt hat rumgetreten hat den aufwärtstrend etabliert und ist nach oben gelaufen und das sind halt immer wieder das ist jetzt hier mal ein wochenchart vom s&p 500 das sind dinge die sehen wir immer immer wieder und darauf können wir uns halt dann spezialisieren um zu sagen welche kurs muss da traden wir denn jetzt was sind die richtigen formationen die wir aus den korrekturen raus suchen müssen diese dinge sind da interessant und auf diese dinge sozusagen schaue ich hier regelmäßig auch mit drauf auch für die marktberater markt besprechen und wenn wir beim thema auch der handelsvorbereitung sind kommt es ja irgendwann dann auch mal zum thema trading und da müssen wir händler auch sagen sinnvollerweise traden wir nicht immer alles sondern wir traden das was am markt gerade läuft ja das heißt wir haben ja sozusagen das thema der trend fortsetzung so da ist es halt immer so die frage wenn sich ein trend fortsetzen soll müssen ja diejenigen die den trend vorantreiben auch aktiv bleiben ja das heißt wenn wir hier beispielsweise ich skizzier das mal einen aufwärtstrend haben dann ist es halt einfach so dass wir ja wissen hier oben an dieser stelle da kommen die die da liegen kauf orders an diesen punkten sehr sehr häufig ne und wenn wir halt wissen aha wenn wir jetzt hier ran laufen und wir laufen drüber und hier kommen dann immer wieder neue kauf orders rein die den markt nach oben bringen dann dann können wir schon schön nach oben rein traden aber wenn wir eine phase haben wo wir quasi immer mal nur so ein kleines stückchen drüber lupfen um dann erst mal in die korrektur zu laufen ja dann wissen wir halt ah guys jetzt sollte ich mal nicht ausbrüche von oben also hier das ausbruchs level zum nach aufwärts traden benutzen sondern wenn wir sehen dass der markt hier rein läuft und dann nach oben läuft und dann wieder runter läuft ja und dann wieder so ein kleines stückchen drüber läuft und dann wieder runter läuft das sollten wir doch einfach mal anfangen als händler uns den kopf ein bisschen zu verändern und sagen okay wenn wir sehen hier wurde das neue hoch gekauft hier wurde das neue hoch gekauft aber irgendwann fängt der markt an die neuen hochs nicht mehr nachhaltig zu kaufen sondern tiefer in die korrektur zu gehen und dann ein kleines stückchen drüber zu laufen dass wir da unsere setups auch ändern dass wir auch sagen okay wir kaufen jetzt nicht die ausbrüche über neue hochs sondern wir kaufen halt aus den tieferen korrekturen oben rein das ist einfach die sache was läuft gerade an den märkten das ist ein wichtiger punkt ein weiterer punkt ist die funktionalität von unterstützungen und widerstand da ist die frage an diesen punkten auch mal ganz genau hinzuschauen wie verhalten sich denn die trader aktuell am markt wir schauen uns hier mal ein live beispiel an ich halte immer so ein bisschen noch die uhr im blick wir schauen ja mal kurz auf das währungspaar britisches fund neuseeland dollar in diesem in diesem in diesem punkt so das haben wir hier das habe ich schon mal vorbereitet da sehen wir jetzt mal einen einen chart wo wir sagen können okay wir haben ja jetzt hier ganz klar einen markt der aus aktueller sicht hier definitiv mal abwärts gerichtet ist das ist der untere bereich den wir hier sehen so wir sehen auch dass der markt im größeren bild ja hier kam er nach unten deutlich hier kam er nach unten ganz ganz deutlich hier geht er jetzt auch schon wieder runter das heißt im größeren bild sehen wir schon dass das ein markt ist der eher in der abwärtsrichtung unterwegs ist ja das ist ganz klar aber aber wenn wir uns jetzt mal die aktuelle verordnung anschauen dann sehen wir halt wir sind hier in einem bereich angekommen der am markt immer wieder dafür gesorgt hat dass die kurse angestiegen sind ne dieser drehbereich ja das ist häufig nicht ein fester punkt sondern das sind halt so bereiche dann kann ich halt auch schauen okay wie hat denn der markt bei den letzten sag ich mal berührungen um diese unterstützung gewirkt und das sehen wir halt hier hier als er endlich mal drüber gegangen ist hat er kurz getestet und ist dann nach oben gelaufen dann hat er wieder getestet und ist dann wieder nach oben gelaufen das heißt hier könnte man ja auf die idee kommen dass man sagt okay wenn der markt hier immer wieder drum herum dreht und dann nach oben läuft erst einmal dass man an so einem punkt nicht einfach so nur short geht sondern dass man sagt an diesem punkt okay wenn sich hier jetzt im untergeordneten bereich wieder eine aufwärtstendenz ergibt dass wir durchaus erst mal ein stück weit höher laufen können das ist dann wo man sich sagt okay für die vorbereitung tags sind wir jetzt hier natürlich abwärts verortet aber wir haben ja hier an dieser stelle einen stunden oder untergeordneten trendverlauf der hier auch runterläuft aber dessen letzte bewegung ja durchaus mal korrigiert werden kann also dieses hier nach unten und wenn wir da dann sehen dass wir hier anfangen um diesen unterstützungsbereich hier erst mal ein stück weit nach oben zu laufen warum sollen wir das denn nicht schrägen das ist das thema wie verhält sich der markt an eine unterstützung wenn wir aber plötzlich merken dass der markt an dieser stelle hier in die fortsetzung des ganzen geht moment das war die falsche farbe dann müssen wir uns ganz anders aufstellen ja dann sehen wir nämlich plötzlich hier dass das was hier grob skizziert nach unten gelaufen ist hier sich dann fortsetzt dass wir dort dann in die fortsetzung bekommen und die nicht nach oben trennen das ist ein zeichen dass der markt dann eher nach unten geht und das wäre dann jetzt was wir jetzt auch sehen auf tagesbasis drunter gefallen noch mal angelupft und da wird jetzt wirklich interessant was passiert hier unten an diesem tief hier unten da kommt es rein wenn wir jetzt hier auch wieder unter das heutige tagestief fallen da kann sich der ein oder andere kurzfristig orientierte trader schon sagen aha abreistrategie wir laufen jetzt drunter und haben auch noch ein paar chancen zur unterseite hin das kann man sich in diesem maße natürlich immer wieder sehr sehr schön auch zu nutze machen um zu schauen was macht denn der markt an diesen unterstützungen oder widerständen oder was passiert denn wenn wir in starken seitwärtsphasen sind also seitwärtsphasen sind ja immer wieder an den märkten zu sehen da hat man die in range trading strategien also von oben nach unten zu schweden und von unten nach oben oder aber auch dass man sozusagen die ausbrüche schweden und ich habe mir sozusagen auch zur angewohnheit gemacht dass ich ausbrüche lieber in richtung des übergeordneten trends trägt so also hier schauen wir uns das ganze auch mal kurz noch in der praxis an an dieser stelle hier anpassung an das markt geschehen moment jetzt muss ich die presi noch mal ganz kurz an machen ab aktueller folie so da sind wir reingelaufen hier kurz der blick in das währungspaar euro austral dollar ja auch das ist ein markt jetzt muss ich nur mal ganz schnell suchen so euro austral dollar da ist er schaut euch mal an was hier passiert hier sind jetzt noch einige trading linien drin die ich fürs trading auch immer wieder brauche aber wir sehen halt ganz klar ich lösche das mal ganz kurz hier ein raus macht das mal kurz sauber dass wir hier innerhalb einer range drinnen liegen die schon überschritten wurde aber wo der markt wieder unten drunter reingekommen ist und da sehen wir halt das können wir schön dazu nutzen unsere trades zu planen hier der ausflug oben drüber hier drüben in ein wichtiges level reingelaufen zack ging es trendig nach unten jetzt nutieren wir wieder unten im unteren bereich jetzt kommt wieder stärke rein das ist ein verhalten das wir händler immer wieder antizipieren können und bei so langen ranges hat man halt gute chancen von unten nach oben und von oben nach unten zu laufen das kann man schön nutzen das sind seitwärtsphasen und die braucht man hier sozusagen nur zu studieren und jetzt kommen wir zum letzten punkt und damit schließe ich die präsentation hier auch ab das ist das thema mindset das heißt man braucht natürlich auch eine gute vernünftige einstellung fürs trading damit das ganze funktioniert und das sind so richtig banale sachen zum beispiel bin ich fit genug zum trading oder bin ich gestresst wenn ich entspannt bin kann ich entscheidungen viel besser treffen als wenn ich einen megamäßig stressigen tag hatte ich glaube jetzt die preise wieder weg bitte noch mal wieder meinen meinen screen teilen so da ist er an dieser stelle also das muss passen passen die bewegungen zu meinem handelsstil ist der nächste punkt ja also wenn ich zum beispiel sage ich habe jetzt hier einen 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 chart wo ich sage ich habe jetzt hier wartet mal noch mal kurz kurz rein einfach zu sagen wenn ich hier diesen ausbruch kurzfristig traden möchte ja und ich suche mir ich möchte diesen ausbruch kurzfristig traden und ich suche mir aber das ziel nicht in der kurzfristigen zeiteinheit also das heißt hier beispielsweise im stunden chart dass ich einfach sage okay wenn wir jetzt hier unten abprallen ja dass wir dort uns enge ziele suchen also sowas wie das hier also hier unten wurde sozusagen die position eröffnet als wir hier reingegangen sind die abprallstrategie zum laufen kam und hier sozusagen anlaufpunkte sind da ist der ein oder andere trader geneigt an dieser stelle zu sagen aha okay wir haben sozusagen jetzt mal das obere ende hier oben liegen bei 1 66 da mache ich einfach mal mein ziel dahin ja an dieser stelle weil ist ja durchaus möglich da muss man einfach auch sagen okay das bedingt ja jetzt an dieser stelle erst mal dass dieser abwärtstrend gebrochen wird also das heißt dass wir hier drüber laufen wird uns weit weit ausdehnen und da ist die frage wenn das ein intraday trade sein soll passt das überhaupt schafft das der markt überhaupt in den tag oder ist es nicht vielleicht sinnvoller zu sagen nee wir suchen uns mal die engeren ziele raus weil das einfach viel viel besser zu der aktuellen sache passt also passt das denn zu meinem stil den ich habe gibt es markante stellen für ziele auch das ein wichtiges thema widerstände unterstützung ober und unterseiten von trading ranges oder zwischen hochs zwischen tiefs das sind ja wichtige level die man immer wieder nutzen kann um sozusagen markante stellen für ziele zu suchen und wenn es die in schaden nicht gibt dann muss man sich einfach sagen okay wer kommt denn jetzt an dieser stelle wo man sagen kann was ist denn jetzt hier los wer kommt denn nach mir doch ins spiel also planbare punkte suchen wenn man weiß im kopf ja da gibt es tatsächlich noch einige die nach mir kommen können dann ist das schon mental auch eine ganz ganz andere geschichte oder auch das thema reicht die zeit zum schrägen wenn ich nur eine halbe stunde zeit habe und ich möchte hier im fünf minuten schatten trade suchen das wird schwieriger als wenn ich weiß ich habe jetzt den ganzen tag zum beispiel nach vorne ja oder aber auch hier finaler punkt das monetäre risiko der martin hatte das vorhin auch gesagt das thema auch hebel arbeiten überhebel arbeiten viel zu großen positionsgrößen zu arbeiten das sind dinge die gehören in die handelsvorbereitung mit rein da muss man ehrlich zu sich selbst sein wenn das nicht passt bringt das emotionen ins spiel und diese emotionen haben in trading zu verlieren angst und hier ist sehr sehr schlecht fürs trading damit sage ich an dieser stelle hier einen herzlichen dank für das zuschauen an dieser stelle